So, erst mal was trinken. Oh nee, was ist das denn? Das gibt Ärger. Oh Mann, Oma hat's doch immer gesagt. Stell was unter dein Glas, sonst gibt's Flecken. Also ehrlich gesagt hat meine Oma das nie gesagt. Bei denen war es einfach völlig egal, ob es Flecken gibt oder nicht. Vielleicht, weil sie den Trick kennt. Um Flecken loszuwerden, brauchst du nur eins. Mayonnaise? Oma, spinnst du? Ich meine nicht meine Oma. Guck mal hier. Ja, so, so wie es aussieht, können wir mit ganz normaler Mayonnaise unsere Flecken ruckdi zuck in Sekunden wieder loswerden. Zahnpasta soll auch gehen, aber pssch. Wir nehmen erst mal Mayo, weil ich nämlich Mayonnaise total ekelig finde. Und ich fände es natürlich toll, wenn ich damit wenigstens irgendwas Sinnvolles machen kann. Also los, wir probieren das aus. Hackcheck. Hier ist unser Fleck, hier ist unser Fleck, da ist das Tuch und hier ist die Mayonnaise. Hello? Oh Gott, mein Finger, oh nein. Ich hasse Mayonnaise. Iiii, gittigitt. Och nee, oh nee. Egal, los geht's. So, mach ich das richtig? Oh Gott, ich brauche ungefähr 10 Tücher, um das wegzuwischen. So, dann wollen wir mal. Also das ist jetzt noch nicht unbedingt der Knaller. Ich wische nochmal feucht drüber. Also den Fleck kann ich immer noch sehen. Wir probieren was anderes. Das war ja nun erst mal noch nix. Und dafür habe ich Mayo auf den Daumen bekommen. Wir probieren es jetzt nochmal bei dunklem Holz aus, weil das im Video auch gezeigt wird. Und dann testen wir hier noch was anderes. Also, ab die Post zu noch mehr Wasserflecken. Hier haben wir gleich ein paar mehr Wasserflecken. Wem könnte dieser Schreibtisch gehören? Schreibt es doch mal in die Kommentare. Ich sage so viel. Es ist eine Person aus dem, oh Gott, aus dem Hause Winkler. Hier kommt wieder unsere Mayonnaise und los geht's. Es fühlt sich schrecklich an. Warum reibe ich Mayonnaise auf den Schreibtisch? Was soll das? So. Und jetzt? Sehe ich die immer noch. Ich habe nur kurz ein feuchtes Tuch zum Wegwischen geholt. Was? Wo sind die Ringe hin? Die waren doch gerade noch da. Ich bin wirklich nur eben rüber in die Küche gegangen und das Tuch geholt. Und man sieht genau, wo wir bearbeitet haben und wo nicht. Die Ringe sind einfach komplett weg. Das gibt's nicht. Wenn man jetzt ganz genau hinguckt, kann man hier noch was sehen und hier. Beim Wegwischen von dem, was wir behandelt haben, habe ich das natürlich alles hier so ein bisschen drüber geschmiert. Also ich habe selbst das Gefühl, dass selbst diese hier eigentlich kaum noch sichtbar sind. Und eigentlich waren unsere Flecken, glaube ich, hier. Mann, oh. Patrick, du hattest recht. Mayonnaise ist ein Instrument. Ein Instrument der Reinigung. Nicht perfekt, aber bei dunklem Holz hat das brutal gut geklappt. Ich habe auch eine Idee, warum. Moment. Zuallererst wollen wir den anderen Fleck lösen. Da gibt es ja auch noch die Idee mit der Zahnpasta und dem Baking Soda. Wir mischen das jetzt Ganze. Wir mischen jetzt. Ich bin so auseinander. Was? Ich bin verwirrt. Warum funktioniert das? Also, ich habe jetzt hier Kinderzahnpasta. Zack. Mischen wir jetzt einfach hier freie Schnauze. Bisschen was hiervon, bisschen was davon. Das wird schon klappen. Unsere Paste ist jetzt hier pastig. Wichtig ist, dass die Zahnpasta weiß sein soll. Und dass es kein Gel sein soll. Wir probieren mal aus, ob das klappt. Nachdem wir jetzt schon Mayonnaise... Das sieht eigentlich schon fast wieder aus wie Mayonnaise. Vielleicht ist das ja Mayonnaise. Das Geheimrezept. So. Damit gehen wir wieder rüber zum Schrank und spachteln das da drauf. Wenn ich das richtig verstanden habe, machen wir das jetzt hier drauf. Und lassen das dann ein bisschen einziehen. Ob es das besser oder schlechter macht, ist jetzt die Frage. So. Sieht doch schön aus. Fast schon weg. Das haben wir jetzt ungefähr, ich würde mal sagen, 10 Minuten einziehen lassen. Besser, aber noch nicht weg. Man sieht auf jeden Fall einen ganz verrückten Unterschied zu vorher. Wir lassen das einfach jetzt gleich nochmal etwas länger einziehen. Und warten nochmal. Variante 2. Und bevor ich es jetzt wegwische, ratet doch mal, wie lange es getrocknet ist. Anhand der Konsistenz der Zahnpasta. Und los. Ist es jetzt schlimmer als vorher? Mann. Da ist unser Fleck. Und das Föhn hat auf jeden Fall schon mal einiges gebracht. Es ist zum Glück nicht schlimmer als vorher. So wie es eben kurz aussah. Wir lassen das jetzt nochmal ein bisschen weiter trocknen. Und gucken, ob der letzte dunkle Kranz hier und der ganz leichte Helle vielleicht noch verschwinden. Hier ist er. Unser weißer Rand. Den man noch erkennen kann, wenn man weiß, wo er ist. Und eine Lampe von oben genau dahin Licht macht. Das ist allerdings überhaupt kein Vergleich mehr zu dem, wie es vorher ausgesehen hat. Aber wenn ich ein Stück weiter weggehe, dann sehe ich davon nichts mehr. Das ist das Wichtigste im Kontext eines gesamten Möbels. Jetzt guckt man ja selten so auf einen Punkt. Und ich muss sagen, dafür, dass das absolut normale Haushaltsgegenstände sind, bis auf Mayonnaise, die hat im Haus eigentlich nichts verloren, hat das tatsächlich überraschend gut geklappt. Ich habe mir unter dem Video auch die Kommentare nochmal durchgelesen und da gesehen, Jones, du brauchst noch ein bisschen mehr Geduld. Bei Mayonnaise kann ich das nicht haben. Ich habe drei Hunde, wenn ich die da länger lasse, dann wollen die den Tisch ablecken. Aber was da auf jeden Fall steht, ist, dass man eine solche Behandlung, so wie wir es bei der Zahnpaste auch gemacht haben, natürlich wiederholen kann. Um Stück für Stück für Stück die Verfärbung zu entfernen. Was mein Gedanke war, Mayonnaise ist für mich irgendwie so ein Fettgemisch. Eigentlich sowas ähnliches wie Öl. Ihr kennt vielleicht den Trick, wo man eine Walnuss über einen Kratzer im Holzboden reibt. Der Trick ist ja, dass das Öl so ein bisschen den Kratzer, also das helle Holz, wieder dunkler färbt, so wenn wir eine Oberfläche drüber machen. Vielleicht funktioniert es mit der Mayonnaise und unserem Wasserrand ja genauso. Ich weiß es doch nicht. Ich bin ein Winkler, bei uns gab es nie Untersetzer. Ränder sind okay. Wenn ihr sie aber doof findet, könnt ihr diese Tricks auf jeden Fall mal ausprobieren und sie loswerden. Sie loswerden, so wie ich meinen Stift. Also probiert das aus. Der Heck ist, würde ich mal sagen, eine solide 2. Auf jeden Fall besser, als wenn man gekaufte Chemie nimmt. Also, smash noch schnell ein Abo rein. Ja, jetzt darf ich die nicht mal wegschmeißen. Die Zahnpasta bleibt auf jeden Fall hier. Gute Kinderzahnpasta. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.